Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaars feinen Podcast Episode 287. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Ja, viel war diese Woche ehrlich gesagt gar nicht los. Es gibt kaum was zu erzählen, dass der berufliche Alltag war sehr alltäglich. Da ist also nichts Spannendes drin. Zu Hause war jetzt auch nichts, was euch unbedingt was angeht, ehrlich gesagt. Nein, es ist alles wie immer bei uns. Das ist auch was Gutes im Augenblick. Und ansonsten, ich habe mich ein bisschen am Montag, am Montag, das war furchtbar. Ich hatte mich spontan entschlossen, mir bei Subway was zu holen. Und die örtliche, eine der örtlichen Subway Filialen ist direkt neben unserem bevorzugten Supermarkt. Das ist allein deswegen schon sehr gut, weil er halt einen großen kostenlosen Parkplatz davor hat. Und insofern ist das alles total entspannt. Da bin ich also reingelaufen und vor mir war ein Pärchen und noch eine Person. Genau, also erst war diese Einzelperson, die war schon beim Gemüsebelag und war schon kurz vor fertig. Und dann unmittelbar vor mir eben das Pärchen. Die hatten aus irgendeinem Grund eine XXL-Bestellung und haben aus jedem einzelnen Teil ihrer Bestellung einen Entscheidungsfindungsprozess gemacht. So ging es schon damit los. Ja, welchen Käse möchtest du denn? Ja, ach, ich weiß ja gar nicht, was gibt das denn für Käse? Ja, sind ja hier, guck mal, diesen und jenen und der ist ja ein bisschen herzhafter als der. Für jedes einzelne Teil ihrer Bestellung haben sie das gemacht. Und diese Subway-Leute, die sind ja auf Geschwindigkeit dressiert. Und dann sehen die halt, okay, dann ist eben, wir haben, die haben wir dann bis zu einer bestimmten Anzahl von Baguettes, kriegen sie auf dieses, auf dieses Dings, was sie da in den Ofen schieben zum Aufgrillen, zum Anknuspern. Das wollen sie natürlich dann auch gerne voll haben. Das heißt, jetzt hat er also das Pärchen vor mir, seine Bestellung endlich soweit fertig. Und stand aber immer noch vor dem Abteil der Subway-Theke, wo es die Fleischbestandteile gibt, völlig unschlüssig, was sie offenbar zu tun hatten. Und dann sprach mich der Fifi hinter der Theke schon an, was ich denn haben wollte. Und ich habe also aus einem Corona-Sicherheitsabstand heraus dann geantwortet, was meine Bestellung ist. Und damit war der dann halt auch nach ungefähr 40 Sekunden fertig. Und dann war wohl noch Platz auf diesem Tablett. Was weiß ich. Jedenfalls hat er die Dame, die inzwischen hinter mir aufgetaucht war, dann auch noch gefragt. Die ging schnurstracks an mir vorbei, bis vorne ran an die Theke. Und die Dame dahinter hat dann aber netterweise gesagt, es sei ja da vorne zu voll und sie würde jetzt erstmal kurz abwarten wollen. Was der Fifi hinter der Theke mit einem Augenrollen quittierte. Inzwischen war dieses komische Ofen-Dings soweit fertig, dass jetzt also eine weitere Mitarbeiterin die Gemüsebeilagen dieses Pärchens vor mir verarbeiten konnte. Die wieder einen Entscheidungsfindungsprozess aus jedem einzelnen Artikel machten. Ja, willst du auch Salate drauf haben? Wirklich? Du isst doch sonst gar keinen Salat. In diesem Stil lief diese ganze Geschichte ab. Und dann wussten sie nicht mehr, welches war denn nun wie. Und herrje, es hat also ewig gedauert, bis ich dann dran war. Und ich hatte so ein bisschen, ich werde ja immer sehr schnell hangry und ungeduldig. Und meine Frau sagt ja auch immer, ich werde auch sehr schnell ungnädig mit Menschen. Gut, also ich habe das entsprechend dann ertragen. Und hatte aber meiner Frau schon bei Telegram geschrieben, ob sie nicht auch was haben möchte. Und darauf kam keine Reaktion. Also habe ich so, ja gut, dann halt nicht. Und war also dann fertig und dachte, okay, gut, jetzt fährst du nach Hause und isst das. Und habe dann gedacht, na gut, aber wenn du jetzt nach Hause kommst und sie will doch was, ist auch doof. Also habe ich sie angerufen. Und das war auch genau richtig, denn sie wollte auch gerne ein Subway haben. Also bin ich nochmal umgedreht und wieder zurückgefahren. Ich war gerade vom Parkplatz runter. Also es ist jetzt nicht unbedingt, dass ich einen riesen Mörderumweg hätte fahren müssen. Nein, ich bin also einmal Ausfahrt raus, halb um den Block durch die Einfahrt wieder rein. Und fahre also wieder zurück Richtung Subway-Filiale. Und dachte mir noch, hey geil, neben diesem Auto ist direkt, unmittelbar vor der Subway-Filiale ein Parkplatz frei. Da fahre ich jetzt rein. Setze also den Blinker. Und das wurde jetzt wirklich besser. Ich setze also den Blinker. Und da fällt mir auf, dass der Typ, der gerade, also wir haben die Situation, ganz rechts steht ein Auto. Dann kommt eine freie Parklücke und links daneben steht ein Kleinwagen. Und der Fahrer dieses Kleinwagens hatte also den Kofferraum auf und einen Einkaufswagen voller Leergut auf dem freien Parkplatz deponiert. Und jetzt stand ich nun einfahrtbereit mit geschaltetem Blinker und laufendem Motor. Und er guckte auch und sah mich, reagierte aber null auf das, was ich mache, sondern setzte einfach seine normale Tätigkeit fort, die darin bestand, eine Babyschale aus dem Kofferraum zu holen und die erstmal neben dem Einkaufswagen abzustellen. Und dann die hintere Tür von seinem Auto aufzumachen und sich mit dem kleinen, was ich hier geheißen habe, Mark Jeremy Gorgonzola zu beschäftigen. Ich möchte mich an keiner Stelle erheben über junge Eltern, deren Methoden. Ich weiß nicht, wie das Zusammenleben mit einem Säugling ist. Keine Ahnung. Weiß ich alles nicht. Ich sehe nur diese Situation, der Typ blockiert meinen Parkplatz. Und ich behaupte, man hätte das anders lösen können. So, und wenn er den Platz braucht an der Stelle, weil er die Tür aufmachen muss und der kleine Jeremy Gorgonzola nicht durch einparkende Autos gefährdet werden soll in seiner Babyschale, dann könnte er sich auch auf einen Eltern-Kind-Parkplatz stellen, die ebenfalls zur Verfügung stehen und breiter sind aus genau diesem Grund. Aber, was weiß ich schon. Jedenfalls habe ich mir das Schauspiel zwei Minuten lang angeguckt, um dann wahrzunehmen, dass gegenüber gerade jemand aus seiner Parklücke rausfuhr. Also, perfekt, habe ich gedacht, weil nämlich auch die schlangen an wartenden Autos hinter mir inzwischen auf fünf oder sieben angeschwollen war. Bin ich also da eingeparkt, rein in die Subway-Filiale. Meine Bestellung, es war zum Glück dann jetzt keiner mehr vor mir, habe meine Bestellung aufgegeben. Das Ding wurde zubereitet. Das wurde eingeparkt. Ich habe es bezahlt. Ich bin auf den Parkplatz gegangen. Ich komme raus. Und da hebt der Typ gerade Jeremy Gorgonzola mit der Babyschale zum Leergut in den Einkaufswagen. Und war dann aber ja noch nicht fertig. Und da stand auch schon wieder eine Dame mit eingeschaltetem Blinker, die gerne in die von seinem Einkaufswagen blockierte freie Parklücke wollte. Aber der Vater von Jeremy Gorgonzola kennt da nichts. Der macht erstmal in Ruhe alles zu Ende. So, das heißt, er hat dann noch, was weiß ich, was er veranstaltet hat. Ich habe das wirklich nicht verfolgt, denn ich war hungry, hatte Essen auf dem Beifahrersitz und wollte jetzt dann auch langsam los. Um das festzuhalten, der Typ hat sich in der Zeit, die ich brauchte, um einen anderen Parkplatz anzusteuern, das Auto zu verlassen, zu verschließen, in die Subway-Filiale zu gehen, meine Bestellung aufzugeben, zubereiten zu lassen, zu bezahlen und mitzunehmen und wieder rauszukommen. Und der war immer noch damit beschäftigt. Und ich habe im Rückspiegel noch gesehen, wie die Frau, die da auf dem Parkplatz wartete, den er auch weiterhin partout nicht freigegeben hat, damit Jeremy Gorgonzola genug Platz hat, dass die also in meinen Parkplatz einparken konnte. Der war immer noch beschäftigt. Wenn ich es nicht so eilig gehabt hätte, sprich, wenn ich nicht so Hunger gehabt hätte, hätte ich mir das Schauspiel noch länger angeguckt, ganz ehrlich. Unglaublich. Und wie gesagt, es geht mir gar nicht mal darum, dass der Typ sich Zeit für sein Kind nimmt oder dafür, was auch immer er da alles gemacht hat. Das darf er ja gerne machen, ist ein freies Land. Nur er hätte auch einfach den Wagen hinter dem Fahrzeug platzieren können, um den Parkplatz nicht zu blockieren. Er hätte auch einfach sagen können, oh, jetzt ist schon der, wahrscheinlich war es ja zu dem Zeitpunkt schon die dritte oder vierte Person, die gerne auf diesem Parkplatz gewollt hätte. Ich weiß ja nicht, was vor mir noch los war, dass er also überhaupt gar nicht so ein Gespür vielleicht hat dafür, dass er da irgendwie sich anders verhält, als sein Umfeld es von ihm erwartet. Ich verstehe es nicht. Keine Ahnung. Aber was sich auch komplett anders verhält seit kurzem, als sein Umfeld es erwartet, ist es Twitter im Browser. Ich habe, weiß ich nicht, ob ich jetzt so wahnsinnig rigide Sicherheitseinstellungen in meinem Firefox habe. Aber so Sachen wie Cross-Site-Aktivitätenverfolgung und dies, das, Ananas, das hatte ich ausgeschaltet und noch irgendwelche Skriptgeschichten. Und ich konnte auf einmal Twitter nicht mehr benutzen. Also erst gar nicht. Und dann habe ich das so ein bisschen zurückgefahren, dass zumindest die Seite wieder angezeigt wurde. Und dann fehlten aber immer noch so ein paar Sachen. Da musste ich also nochmal wieder was umstellen. Von, also erst hatte ich Benutzer definiert, dann war streng und jetzt ist Standard von den Einstellungsmöglichkeiten. Denn wenn ich zum Beispiel ein Herz an einen Tweet rangepinnt habe, dann wurde das nicht übernommen. Oder wenn ich in der Umfrage abgestimmt habe, dann wurde das nicht übernommen. Das habe ich mehr durch Zufall gemerkt, als dass, als sich irgendjemand darüber beschwert hat, dass ich nicht das favorisiert habe, was diese Person geschrieben hat. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Ist auch vollkommen irrelevant. Aber das fand ich interessant, weil das sind so Sachen, die ich früher abschalten konnte, konsequenzlos und die mir Twitter auf der Webseite jetzt nicht mehr erlaubt. Und wie gesagt, am Handy hat es die ganze Zeit funktioniert. Da habe ich nichts verändert an den Einstellungen. Insofern, ja, weiß ich nicht. Also es geht offenbar darum, meine Aktivitäten auf der Twitter-Seite vollumfänglicher verfolgen zu können, als ohnehin schon. Na ja, gut. Einen Dank habe ich noch auszusprechen an Daniel. Ich hatte es letzte Folge erwähnt, das Paket war noch nicht angekommen, beziehungsweise es war eigentlich schon fast da. Der Fehler bei mir war, ich hatte nicht die Mail gesehen von der Packstation. Die fiel mir erst nach der Veröffentlichung der Episode auf, dass das Paket durchaus da war. Ich hätte es nur mal abholen sollen. Ja, sehr großartig. Ich habe mich enorm gefreut. Ausgewählte Werke von L'Oriot auf DVD. Ganz fantastisch. Da werde ich, das wird mal irgendwann Zeit und notwendig sein, einen L'Oriot-Marathon zu machen. Wobei, das wird so eine Woche sein müssen, wo meine Frau nicht da ist, weil die kürzlich erst, wie durch Zufall sagte, dass ihr der Zugang zu L'Oriot irgendwie nie so richtig gelungen sei, weil der Erstkontakt wohl Menschen waren, die L'Oriot-Sketcher auf Hochzeiten nachgespielt haben. Und das ist natürlich verständlich. Nach dieser Episode werde ich jetzt gleich noch losfahren, den Wohnwagen abholen. Denn der steht auf dem Dauerstellplatz, wo er hingehört, muss aber diese Woche in die Werkstatt. Und entsprechend möchte ich den schon jetzt am Wochenende holen. Denn dann kann ich nämlich auch schon so weit ausräumen, dass er dann winterfest ist. Denn nach dem Werkstatttermin wird das Ding ins Winterquartier gehen. Denn dann ist die Saison schon wieder vorbei. Nicht, dass wir nicht Lust hätten, nochmal im Wohnwagen zu übernachten, aber das geht halt auch einfach mit dem Hund nicht mehr. Ja, frühzeitiges Ende. Letztlich haben wir ja aber noch den anderen Wohnwagen. Das heißt, wir könnten durchaus noch so eine kleine Winterkämpflichkeit veranstalten, wenn wir denn unbedingt wollten. Für den Moment kommt das Ding jetzt erstmal hier bei uns an die Straße. Dann werde ich das entsprechend ausräumen und sauber machen und für das Winterquartier vorbereiten. Und dann geht der in die Werkstatt. Denn ich glaube, ich hatte es erwähnt, dass der, nachdem das Anhängerseil abgerissen war, dass da der Techniker unter dem Wohnwagen lag und sagte, ja, ist ja noch was ganz anderes im Argen. Hier geht eine Schraube durch ein Kabel. Das wollen Sie jetzt dann nochmal angehen, das ganze Thema. So wie wir jetzt die tausend Fragen an dich selbst angehen wollen. Eine Liste von 1000 Fragen, die dazu dienen sollen, sich selber besser kennenzulernen. Ich bin offenbar nicht die Zielgruppe oder die Fragen sind sehr doof. Und ich wähle jedes Mal, wenn ich Lust darauf habe, eine Zahl von Fragen aus, vermittels eines Zufallsgenerators und versuche, die zu beantworten. Geht los mit Nummer 68. Was war deine größte Anschaffung? Die großartigste Anschaffung war definitiv der Wohnwagen, weil wir uns darüber eine Urlaubsart erschlossen haben, die für uns einfach super funktioniert und mit der wir fantastische Erlebnisse hatten und haben werden. Das ist einfach vollkommen klar. Das war fantastisch. Die finanziell größte war das Zugfahrzeug dazu, das Auto, das einfach bisher der größte Posten war, für den ich jemals Geld ausgegeben habe. Ich sollte eigentlich und wirklich nicht mehr viel zu viel Süßkram in mich reinstopfen. Und generell sollte ich nicht mehr gegen meine Diätpläne verstoßen, weil einfach man, also je älter man wird, desto schwieriger wird es ja abzunehmen. Nachdem ich ja also die meiste Zeit des Tages sitzend oder liegend verbringe und mich zu wenig bewege, geschweige denn regelmäßig Sport mache, ist das ein zunehmendes Problem. Also der Lacher war jetzt wirklich Zufall. Also das wäre auf jeden Fall das Erste, was mir da einfällt. 121. Gibst du der Arbeit manchmal Vorrang vor der Liebe? Naja, also das ist ja auch wieder so eine Frage. Die Tatsache, dass ich im Homeoffice arbeite, erleichtert es natürlich auch einfach, sich mal mehr Zeit zu nehmen für die Herzdame. Aber nichtsdestotrotz gibt es halt auch einfach Fristen, die ich einhalten muss. Und manchmal ist es halt so, dass wir eigentlich beide total Bock hätten, jetzt gerade uns ein bisschen einzukuscheln und den Fernseher anzumachen oder sonst irgendwas. Und es einfach nicht geht, weil ich irgendwas fertig machen muss. Gleichzeitig ist das bei ihr ja genauso, dass dann im Zweifelsfall auch irgendwann abends ein Anruf kommt von wegen irgendwie Seelsorgeeinsatz oder sonst irgendwas. Und das liegt in unseren Berufen begründet, dass wir uns das zwar ganz gut einteilen können, dass wir aber gleichzeitig auch ab und zu so ein bisschen auf Abruf sind. Das lässt sich nicht vermeiden. 334. Wofür bist du dir zu schade? Tja, es gibt ganz viele Sachen, auf die ich keinen Bock habe, von denen man sagen könnte, ich bin mir dafür zu schade. Also konkret fällt mir da ehrlich gesagt nichts ein, weil es halt auch in der Regel sind es dann häufig so Geschichten, dass ich, doch ich glaube Gartenarbeit, das ist so ein Thema, da habe ich einfach komplett keinen Bock drauf. Wo ich dann auch einfach sage, so ja, es muss vielleicht ab und zu mal gemacht werden, aber dann soll es doch jemand tun, der das besser kann als ich und der das zu seinem Beruf gemacht hat. Und das hat den Vorteil, dass ich es nicht machen muss und dass seine Expertise dazu hilft, dass es schneller erledigt ist und das Ergebnis besser ist. Ich glaube, das ist so ein sehr gutes Beispiel dafür, für Dinge, für die ich mir zu schade bin. Und dann natürlich auch so Sachen wie, sowas wie Straße kehren oder sowas, das sehe ich halt auch einfach nicht ein. Also da sehe ich den Sinn nicht dahinter, ehrlich gesagt, sich da irgendwie hinzusetzen und irgendwie Unkraut aus dem Fugen zu kratzen, das eine Woche später sowieso wieder da ist und irgendwie den Staub der Straße wegzufegen, der nächste Woche auch wieder da liegen wird. Also das ist halt nicht irgendwie meine Vorstellung davon, wie ich einen Tag verbringen möchte. Da habe ich Besseres zu tun. Ja, dafür bin ich mir zu schade, in der Tat. Wer sich zu schade ist für Menschlichkeit, ist Horst Seehofer. Und deswegen bin ich der Meinung, dass Horst Seehofer als Bundesinnenminister zurücktreten sollte, bis das passiert oder bis eine weitere Folge von Jörn Schaas vor einem Podcast erscheint, wünsche ich euch eine fantastische Zeit. Danke fürs Zuhören und Tschüss.